Das macht es ja auch aus, den Tag. Mal gucken, mit wem ich heute zusammenarbeite. Erste Ebene, die Caro hier. Ja, hallo Claudia. Bei manchen läuft es einfach, da braucht man sich nur angucken und dann weiß der andere dann schon, was man arbeitet. Aber mit anderen muss man doch ein bisschen mehr reden. Ich finde das als Vorurteil. Wenn wir alle gleich wären, wäre es ja langweilig. Vielen Dank.